Yo Leute was geht? Ich bin's Daniel und heute machen wir ein Reaktionsvideo. Wir reagieren auf YouTube Kacke. YouTube Kacke Kajus Vater ist selbstverliebt. Wir reagieren auf das. Let's go! Okay wir machen auch draußen den Nicht-Lachen-Challenge. Auf zum Kämpfen Warte was stand da? Warte hab ich auch noch mal die Grafik aufmacht. Auf zum Kämpfen Scheiße super RTL Autor fick dich Okay Storyboard will ich nicht lesen. Es war ein ziemlich merkwürdiges Wochenende. Und YouTube hatte einen ganz riesigen Ständer denn sie war unterwegs zum Kämpfen. Mama! Mama! Ich muss dir mal ganz dringend einen unterholen. Alles klar. Warum musst du den runterholen? Oha ihr wollt mal erraten. Aber ich kenn diese Verarscher von mir schon. Ich kenn schon diese eine Verarscher von ihm mit diesem Kleiderregal und so'n Scheiß auch kenn ich das schon. Aber ich hab das Video nicht vorgespult oder so nicht geguckt Sondern ich hab so kurz einfach so vorgespult oder wieder zurückgespult. Halt um zu kurz gucken ob ich auf das reagieren kann. Wir kommen zum Mal zurück. Was? Was hast du denn? Du hast recht. Und Kaiju ist auch weg. Wo ist Kaiju? Eine Zigarette? Komm wir müssen weiter fahren. Ja. Ähm. Was ist mit dir, Schatz? Ich. 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 Homosexuell. Homosexuell. Was ist denn das für ne Scheiße? In diesem Wald gibt es viele Bäume. Alles klar. Und dieses Schild zeigt dem Autofahrer an, dass Bäume neben der Straße sein könnten. Kann ich einem sehen? Freu dich lieber nicht so früh, Caillou. Warum? Weil du scheiße bist. Alles klar. Caillou fand es ziemlich kacke, dass sein Vater ihn scheiße. Ha ha ha! Ungesinn. Carglass Kastrit, Carglass Kackdown. Hallo, mein Name ist Thorsten Wurms, leite das Service Center bei Carglass. Wie heißt du? Ich bin Marcel Abyss. Du wirst hier bei uns keine Abenteuer erleben, Caillou. Warum? Weil du ein Spaß bist. Wenn du willst, kannst du spielen, zum Schwimmen gehen oder auf einem Elch klettern oder auf deine Eltern einstärken oder auf einem Berg kacken. Was möchtest du zuerst machen? Playstation? Ja, auf Playstation, toll. Das Spiel auf Playstation. Was möchtest du zuerst machen? Auf Berg kacken, bitte. Auf Berg kacken, lohnt. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Auf Berg kacken, ja. Oder nee, doch nicht. Was zuerst möchtest du? Ich will einen Elch weggegen. Nö. Ich glaube nicht. Ha! 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 Was hältst du? Was hältst du davon, wenn wir deinen Eltern helfen? Nö. Nein, ich hab keine Lust dazu. Was hältst du davon, wenn wir deinen Eltern sterben? Ja! Woll. Ha! 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 Was ist mit dir, mein Hase? Guten Morgen. Da schwimmt irgendwas in dem Barsch auch. Das sind nur kleine Schiffe Caillou. 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 Ja, na, war sich trotzdem nicht mehr sicher, ob er wirklich baden, baden wollte. Na, was ist? Willst du mich nicht mehr spritzen? God damn. Warum endlich nicht? Das mache ich. Das mache ich sogar gleich. Oh, ja, kaum war Caillou im Wasser, war seine Mami nass. Das dauerte gar nicht lange, bis es was Bescheßes zu essen gab. Das riecht ja verschissen. Ich habe einen Bärenhunger. Ja, wow. Und ich könnte ein TSL-Rodem verschlingen. Elch, Elch. Was? Da, ein Elch. Das mache ich euch dann. Nein, Ameisen. Pss, pss, pss. Nee, nicht pss, pss. Pss, pss. Das war echt fisch. Nee, nee, pss, pss. Na, ist gut. Ja, der, der ist normal. Das bricht normal. Ich habe ins Bett gemacht. Ja, toll. Spaß. Ich möchte gerne in der Hänge bitte bleiben. Ja, wow. Caillou liebte es, an seinen Vater gekuschelt einen fahren zu lassen. Gute Nacht. Lasst euch vom Schlaf erquicken. Und nicht von den Flöhen ficken. Hallo. Was ist los? Oh ja. Kaillou war sehr beeindruckt von dem Hund. Noch nie hatte er einen so großen Hund gesehen. Na, ist klar. Pss, na, ich... Wir müssen jetzt... Wollen hier. Was ist das? Was ist das? Ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott, was ist geschehen? Hahaha. Ja, toll. Sein Vater ging zum Wagen und sagte zu seiner Mutter Fuck you. Toll. Leute, ich wollte im Moment euch noch was sagen. Diesen Monat kommen keine Videos mehr. Außer noch ein Video kommt. Ein Video kommt. Und wir machen eine kleine Pause. Weil wir in der Schule und haben noch später eine Klassenfahrt. Äh, in einer Woche. Und darum machen wir keine Videos. Aber es wird vielleicht noch eines rauskommen. Ich würde mich auch schon freuen auf das nächste. Wer sagt euch noch nicht, was das ist. Sonst wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.